hallo zu einem neuen video auf dem business intelligence kanal heute sehen wir uns an wie du in excel einen barcode generieren kannst bevor wir loslegen können bitte ich euch diesen kanal zu abonnieren um noch mehr videos für den wissenstransfer im bereich business intelligence und data warehousing anbieten zu können und bedanke mich sehr herzlich bei allen die diesen kanal dadurch unterstützen und jetzt starten wir los im heutigen tutorial sehen wir uns gemeinsam schritt für schritt den gesamten prozess zum erstellen von barcodes in excel an barcodes werden überall verwendet und heute werden wir sehen wie man standard barcodes erstellt die von jedem barcode scanner erkannt werden beginnen wir mit schritt nummer eins und zwar erstellen wir die einzelnen codes dazu wähle ich in excel eine spalte aus und zwar nenne diese code und formatiere diese noch anschließend kann ich nun aus einer kombination von zahlen und buchstaben einen code generieren ich wähle in diesem fall unterschiedliche buchstaben und formatiere diese ebenfalls in der nächsten spalte möchte ich nun meinem barcode und wähle bewusst eine etwas größere zeilen höhe und zentriere diese noch etwas mittig und zwar hier und gehe nun wie folgt vor schritt nummer eins ist es diesen barcode sicherzustellen dass es sich um text spalten handelt dazu mache ich einen blick auf die formatierung und zwar zellen formatieren und gebe an dass es sich um text handelt damit keine null oder dergleichen verschwindet nun kann ich diesen code als barcode übernehmen und gebe nun an eine klammer sowie die referenz auf den entsprechenden code und schließe diese letztendlich ich selektiere noch eine mittige ausrichtung und führe das auch mit den anderen beiden codes aus nun ist dieses vorhanden und ich kann mit einer selektion und der entsprechenden font schriftart einen barcode generieren und zwar nennt sich dieser in meinem fall id automatisch automation und erhalte nun den entsprechenden code in einer barcode darstellung ihr könnt natürlich auch die kurz beliebig ändern wenn ihr möchtet könnt ihr auch diese erweitern und der barcode wird dementsprechend aktualisiert die installation dieser schriftart welche nicht automatisch in microsoft excel vorhanden ist könnt ihr über den link unter diesem video installieren und zwar ist die webseite www.idautomation.com und ist eine frei verfügbare barcode schriftart ich hoffe ich konnte euch das thema näher bringen falls ihr fragen dazu habt hinterlasst mir einfach einen kommentar ich werde versuchen euch zu antworten und freue mich wenn ihr auch im nächsten video wieder mit an bord seid bis dahin alles gute und viel erfolg bis dahin alles gut bis dahin alles gut Untertitelung des ZDF, 2020